In einer Atmosphäre von Korruption und Prostitution ist ein Bulle auf der Suche nach der Wahrheit. Tut mir leid. Robert De Niro und Robert Duval. Ein ungleiches Brüderpaar in dem spektakulären Film Fesseln der Macht. Ich habe mal für Sie gearbeitet. Ach ja, wann war das? Als Sie Huren laufen hatten, habe ich für Sie kassiert, im Wildscher war der Sitte. Ich habe die Kollegen bestochen, dass sie Brenda in Ruhe lassen. Detective Spellacy entdeckt ein grausames Verbrechen, in das die Mächtigen der Stadt verwickelt sind. Doch die fühlen sich sehr sicher. Er will das Rätsel lösen. Wie lange ist sie wohl tot? Zehn oder zwölf Stunden vielleicht. Doch wo es um Macht und Geld geht, hat die Gerechtigkeit zwei Seiten. Wenn ich nicht mit dir reden kann, dann mit niemandem. Okay. Robert De Niro und Robert Duval. Zwei Top-Akteure und Oscar-Preisträger in einer Videopremiere voll innerer Spannung. Wie ist Totenwache ... aber ... wir wollten mehr. ... ...